Kalles Halbzeit im Verlies wird Ihnen präsentiert von Laute und Muxfeld. Ihr Spezialist für Werkzeuge und Arbeitsschutz in Hamburg. Willkommen zu Kalles Halbzeit im Verlies, Ihr Amateure. Herzlich Willkommen zu unserer Februar-Ausgabe von Kalles Halbzeit im Verlies und an meiner Seite begrüße ich natürlich wieder Niklas Heiden. Moin Kalle. Wir haben natürlich auch drei spannende Gäste und wir fangen an mit Gerd Kruspe. Er ist Trainer beim Hamburger Berg, das ist direkt hier auf St. Pauli. Und unser zweiter Gast ist Matthias Matze-Nagel, noch Trainer beim Landesligisten Ahrensburger TSV und Mitbegründer der Initiative Praxis Fußball. Und mit Matthias sprechen wir natürlich darüber, was er ab Sommer denn macht, wenn er das Amt abgegeben hat, aber auch über Corona. Und natürlich haben wir wieder einen Ex-Profi aus der Bundesliga und zwar Sascha Kirschstein. Der war drei Jahre lang im Tor beim HSV und zu dem Zeitpunkt spielen sie noch in der Champions League. Ja, dann begrüßen wir heute Gerd Kruspe, Trainer des Kreisklassisten FC Hamburger Berg. Ich grüße dich recht herzlich. Danke schön. Gerd, ihr seid derzeit das Gesprächsthema im Hamburger Amateurfußball, weil ihr habt im Hamburger Pokal ziemlich viel Furore gemacht. Erzähl mal, als Kreisligist steht ihr im Achtelfinale und habt bereits logischerweise höhere Ligisten-Spieler-Vereine rausgeknallt. Hättest du dir solch eine Erfolgsschiene vorstellen können? Vorstellen, ja. Aber ob wir das so weit schaffen, das nicht. Aber ich habe gemerkt, mit dem Hamburger Berg kannst du viel erreichen. Das heißt, wir haben Spieler von 12, 13 Nationen, die Fußball spielen können. Das ist natürlich schon für einen Trainer, für einen Coach sehr viel wert. Das ist schon mal die halbe Miete. Genau so sieht es aus. Das ist jetzt meine Aufgabe gewesen, aus dieses irgendwas zu machen. Das Schlimme ist immer nur, die Jungs, die können nicht zum Training immer kommen. Die sind nicht oft da. Das heißt zum Spielen, ja. Ja, aber die haben auch Familie mit Essen etc., was sie da alles dann verrichten müssen. Die kommen nicht aus Deutschland, die kommen aus 12, 13 verschiedenen Ländern. Ich habe, sag ich mal, oder ich denke, ich musste diesen Spielern was zurückgeben, was ich als Trainer selber erlebt habe, beziehungsweise mitgemacht habe. Ich war in Mittelamerika, habe dort die Trainertätigkeit ausgefügt und habe als Spieler dort Fußball gespielt. In Curaçao, Santo Domingo und so weiter und so fort. Ich war als Seemann verschadet mit einem Schiff von der KNSM, König Niederländische Seemannsmarine. Und da wurden dann Spiele veranstaltet, die wurden abgesprochen, praktisch über Funk damals, zur damaligen Zeit. Von anderen Mannschaften wurden Spiele dazugehört und dann fanden die Spiele eben statt. In Costa Rica zum Beispiel haben wir große Spiele gehabt. Und da waren auch bekannte Persönlichkeiten sogar dabei, die damals nach Holland rübergegangen sind und die dort dann praktisch auch ihren Weg gegangen sind. Klima. Aber Weg gegangen ist das richtige Stichwort. Ihr habt den Bezirksligisten Heid Graben rausgeworfen. Ja. Ich meine, was macht euch jetzt in dieser Pokalsaison so stark? Was glaubst du? Unsere Stärke ist damit, sag ich mal, die können wir so beweisen, in dem Moment, ich hatte das schon von Anfang an gesagt, Kalle, diese Mannschaft ist 50 Prozent, hat sie eine Stärke. Und ich habe die Erfahrungswerte, diese Mannschaft, diese Stärke praktisch zu übermitteln. Und das habe ich, glaube ich, als Trainer, als gut geschafft und habe das so auch mir vorgestellt. Gerd, denke ich, denke nur praktisch, das ist ein Spiel. Nicht, dass das ein Pokalspiel ist. Es ist ein ganz normales Spiel. Und habe praktisch diesen Jungs auch die Angst genommen, beziehungsweise den Mut zugesprochen. Und das haben sie prima umgesetzt. Aber letztens habt ihr nicht nur den Gegner, sondern auch die Zuschauer überrascht, als Böttchig der St. Pauli-Profi Morike Sarko aufgelaufen ist. Und auch noch ein Torschuss. Wie ist dieser Kontakt zustande gekommen? Erzähl mal. Dieser Kontakt ist zustande gekommen durch meinen Präsidenten Ralf Hoffmann. Da müsstest du, Kalle, mit ihm selber mal sprechen darüber. Wir hätten ihn mal einladen. Ja, mal einladen. Aber du weißt ja auch irgendwie, wie das gekommen ist. Erzähl mal ein bisschen. Erzähl. Erfahren, dass er vor einem Jahr praktisch Kontakt aufgenommen hatte mit unserem Ralf Hoffmann, unserem Präsidenten. Und das Gespräch hat wohl Früchte getragen. Und er hatte Lust gehabt, nochmal praktisch mit so einer Mannschaft auch praktisch aufzulaufen. Wobei wir letztes Jahr, ja, da hatten wir ihn drei, vier Mal im Einsatz gehabt. Aber er konnte auch aus beruflichen Gründen etc. nicht immer da sein. Dieses Jahr ist er das erste Mal praktisch im Pokal aufgelaufen. Und schießt gleich ein Tor. Ja, er hat aber das Tor, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht alleine geschossen. Naja, das ist nur ein Mannschaftssport. Nein, aber die anderen haben ihm dazu auch geholfen. Natürlich hat der Maurike einen Namen von St. Pauli. Das ist auch richtig so. Es ist auch schön, dass dieser Name bei uns am Hamburger Berg hier auftritt. Passt doch alle auf Kiez. Das passt natürlich. Aber ich finde aber auch, man darf die anderen Spieler, die ihn dazu... Vergessen sie auch nicht. Nein, das ist für mich ganz wichtig als Trainer. Wie gesagt, diese Erfolge, die ihr im Pokal erzielt habt, das ist wirklich ein Mannschaftserfolg. Das ist ein Mannschaftserfolg. Das muss man auch so sehen, Kalle. Sehe ich auch so, ne? Und ihr habt ja, Heid Graben ist ja nun nicht einer der höherklassigen Teams, die er rausgeworfen hat, sondern ETV war ja auch noch dabei. Also ihr habt ja reihenweise die höherklassigen Teams rausgekegelt. In der Liga steht ihr aber nur, nur auf Platz vier, in Anführungszeichen. Das ist richtig. Woran liegt das? Ich hatte ja auch gesagt gehabt, dass die Mannschaft zum Training nicht immer kommen konnte. Aber im Pokal haben sie sich wahrscheinlich alle an die Hosenbeine gepackt und wollten da spielen. Und ich hatte das Glück, also jedes Mal die ganze Mannschaft praktisch, die stärkste Mannschaft hinzustellen, praktisch aufzustellen. Und das ist natürlich als Coach irgendwo, sage ich mal, besser kann man ja gar nicht leben. Und sie haben mir das voll zurückgezahlt auch im Endeffekt. Und jetzt wartet wieder ein Bezirkssiegist, Haburger SC. Ja. Also geht es weiter. Ja, ich sehe das so. Also ich sehe das als ganz normales Punktspiel, diese Spiele an. Sie brauchen sich nicht zu verstecken. Sie sollen mutig raufgehen. Sie müssen die Mannschaft stressen. Das ist wichtig. Vorne schon anfangen zu stressen, dass wir ins Spiel kommen, unser Spiel aufziehen können. Nicht warten, bis die dann irgendwann mal so die Stärke haben, wie sie spielen möchten. Das müssen wir vermeiden. Und wie bist du zum Hamburger Berg gekommen? Ich meine, das ist ja nun auch, korrigiere mich, allzu lange gibt es euch ja auch noch nicht. Wie wird man da Trainer? Ja, das würde eine lange Geschichte sein. Aber wir haben Zeit. So viel auch nicht. Nein, so viel auch nicht. Kurz, aber angesprochen werden muss es. Ja, natürlich. Ich habe mein letzter Verein, oder da bin ich immer noch tätig, oder Mitglied im SV Osthofer-Bahn. Da war ich Trainer, da war ich Obmann, da war ich Geschäftsführer, alles Mögliche habe ich da praktisch mit als Obmann gemacht. Und vor drei, vier, fünf Jahren habe ich dann irgendwann mal gesagt, Gerd, jetzt ist Schluss. Ich habe ein Alter erreicht, sage ich mal, wo ich das auch verdient habe, mal meine Flasche Bier an die Seite zu trinken. Wie alt bist du so, sprich? Ich bin 73 Jahre. Respekt, Respekt. Und habe 55 Jahre mit Sport zu tun. Das heißt, 25 Jahre war ich jetzt beim Osthofer-Bahn. Ich habe von Barmwick-Uhlenhorst, von SV Lurup, mit Mario Cotny und so weiter. Mit Manfred Mannebach, der leider nicht mehr hier unter uns ist und so weiter. Dann habe ich Wohltätigkeitsspiele veranstaltet mit dem UKE, mit Ärzteprofessoren und so weiter. Ein Herz für Kinder, die operieren da. Aber Wohltätigkeit ist so ein Stichwort. Ihr macht ja nicht nur wohltätige Sachen, sondern auch spektakuläre Sachen. Ihr habt zum Beispiel mit dem Hamburger Berg, mit dem Verein, diverse Weltrekorde aufgestellt. Zum Beispiel im längsten Balltribbling. Richtig. Und ihr habt auch das längste Fußballspiel der Welt gespielt. Richtig. Der Ralf Hoffmann, der lässt sich da immer was einfallen. Und immer wieder was Neues hebt er hervor, um irgendwo, sag ich mal, den Hamburger Berg herauszuheben. Naja, zwei Weltmeistertitel ist ja schon mal was. Ja, aber nicht für seinen Namen, sondern für den Verein. Für den Verein, jedes Mal. Das wissen wir auch zu schätzen. Und das ist natürlich eine tolle Aufgabe, die einen auch irgendwo fasziniert. Wie ist da die Motivation? Sind die alle Feuer und Flamme, um dabei zu sein, um mitzumachen? Weil wie gesagt, wie lange ging das längste Fußballspiel der Welt? Oh, das längste Fußballspiel der Welt, das ging 113 Stunden, soweit ich weiß. Und ja, und dann haben wir den Triple-Rekord da auch erstellt und sind dann da auch weitergekommen, sag ich mal. Mit unseren Gedankengängen sind, da führen sie hinaus, Leute zu helfen. Das ist gut. Wir wollen auch ein bisschen helfen, und zwar deiner Cafeteria zu Hause. Du trinkst wahrscheinlich Kaffee, ja? Ich trinke gerne Kaffee. Du hast jetzt die Wahl der Qual hier einmal zwischen Domina, Espresso oder Derby-Sieger. Beziehst du natürlich auf St. Pauli und HSV. Welchen Kaffee möchtest du gerne mitnehmen? Ich nehme den Derby-Sieger. So soll es dann sein. Recht herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch und für die Information. Und viel Erfolg weiterhin im Hamburger Pokal. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder als Pokalsieger. Würde mich freuen. Kalle, ich danke für eure Einladung hier. Sehr gerne. Und das tut uns auch gut, den Hamburger Berg, damit man auch mal eine Geschichte ein wenig von Hamburger Berg erfährt, die jetzt, glaube ich, auch irgendwo ein Name in Hamburg sich geschaffen hat. Das meine ich doch alle mal, mit zwei Weltmeister-Titeln. Und für die nächste Runde drücken wir natürlich die Daumen. Recht herzlichen Dank dafür. Ja, wir begrüßen jetzt Matthias Nagel, den entscheidenden Trainer vom Landesligisten Arnsburger TV. Matthias, nach sechs Jahren ist jetzt Schluss als Trainer. Erzähl, was für Gründe sind dafür? Ja, erstmal danke natürlich für die Einladung hier heute. Gerne. Und ja, starke Location hier. Und ja, ich habe für mich halt im Oktober den Entschluss gefasst, einfach mal eine Pause einlegen zu wollen. Jetzt nach sechs Jahren als Trainer in Arnsburg, ein Jahr davor noch als Liga-Manager. Und denke einfach, es ist ein guter Zeitpunkt, sowohl für mich, einfach mal so ein bisschen durchzuatmen. Und ich glaube auch, dass ehrlicherweise für die Mannschaft das auch sinnvoll ist, einfach mal einen neuen Input zu bekommen über einen neuen Trainer. Und deswegen ist die Entscheidung so im Oktober gefallen und auch dann sehr frühzeitig dem Verein gegenüber kommuniziert worden. Die Leute haben sich schon ein bisschen gewundert, weil du hast den Verein ja nun von der Kreisliga in die Landesliga geführt. Und zusammen mit dem Co-Trainer Jan Fricke, der sogar zwölf Jahre da war. Und da wundern sich die Leute schon mal ein bisschen. Also das ist nur dieser Entschluss von dir gewesen, diese Überlegung, oder steckt dir da was anderes dahinter? Nein, also ich wurde ja auch in den letzten Wochen, jetzt seitdem das Publik ist, häufiger gefragt. Und es war für mich nur der Entschluss zu sagen, ich mache jetzt für mich eine Pause. Ansonsten ist in Arnsburg eigentlich alles soweit in Ordnung. Es ist ein tolles, familiäres Umfeld. Sicherlich können wir in einigen Bereichen in den nächsten Jahren noch zulegen, um einfach auch das Umfeld so ein bisschen noch mehr Landesliga-tauglich zu machen. Aber das hat nicht damit reingespielt. Das ist eine tolle Mannschaft. Es macht Spaß, die Jungs zu trainieren. Aber es war einfach für mich die Überlegung, das Gefühl zu sagen, ich brauche einfach mal eine Pause. Und es ist auch wirklich nur eine Pause. Ich denke mal, irgendwann wird es wieder jucken. Und dann kann das sogar sein, dass ich dann auch in Arnsburg wieder was mache. Also ich glaube schon, dass ich da nicht unbedingt negative Sachen hinterlassen habe oder hinterlassen werde. Nein, weil die haben dich ja auch gefragt, ob du eine andere Funktion weitermachen wolltest. Aber offensichtlich ist es wirklich, dass du sagst, du möchtest mal ein bisschen Abstand von dem ganzen Wind, sich ein bisschen mehr um die Familie kümmern. Genau. Es ist auch in den letzten Jahren sehr viel geworden. Es war nicht nur die Trainertätigkeit. Ich habe mich um Sponsoren gekümmert. Wir haben Sommer- und Winterturniere gemacht. Da hatte ich zwar großartige Unterstützung, auch unter anderem von einem Nachbarn von mir, der das vor kurzem noch bei uns im Marketing so ein bisschen was gemacht hat, der allerdings jetzt auch zum Sommer hin aufhört, der Volker Reinhardt. Und ja, ich glaube, dass jetzt einfach mal so ein Punkt da ist, wo man einfach sagen will, man will das alles mal abgeben. Ich glaube, dass da auch gute Leute jetzt kommen, die das auch gut weiterführen werden, auch erfolgreich weiterführen werden. Und dann mal schauen. Also der Verein liegt mir am Herzen, gar keine Frage. Sonst hätte ich diese ganzen Tätigkeiten, glaube ich, auch nicht übernommen. Aber ich denke, es wird weitergehen. Keine Person ist so wichtig. Und ehrlicherweise, ich habe den Verein ja nicht alleine von der Kreisliga in die Landesliga geführt. Nein, nein. Da sind ja mal ein paar mehr dabei. Zum Beispiel mein Co-Trainer, der Jan Fricke. Aber auch im Umfeld einige Leute, die auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass der Erfolg da war. Also gut, dann können wir hier mit dieser Spekulation schon mal aufräumen. Weil es gab ja so die Überlegungen, dass wenn man hier herangetreten wäre und gesagt hat, du magst weiter als Trainer, dass du das gemacht hattest. Aber das ist wirklich dein eigener Entschluss gewesen und nicht von der Vereinsseite her. Ja, das war gut zu wissen. Und sechs Jahre sind aber trotzdem eine lange Zeit. Und da hast du ja auch einiges erlebt. Was sind denn so diese drei Dinge, wo du sagst, das war besonders? Waren das nur die Aufstiege? Naja, der erste Aufstieg war schon besonders. Da kann ich mich noch sehr genau daran erinnern. Regnerischer Tag. Wir wollten zwar noch Meister werden. Wir sind dann als Zweiter der Kreisliga punktgleich mit den Tabellenersten aufgestiegen. Es war eine phänomenale Feier. Wir mussten uns am nächsten Tag bei den Jugendmannschaften entschuldigen, weil der Geruch in den Kabinen war ein bisschen bierlastig. Und das war sicherlich eine schöne Sache. Schön waren auch unsere Turniere, gerade die Hallenturniere, die wir gespielt haben und den Stadtwerker-Arnsburg-Cup, wo wir auch immer tolle Besetzungen hatten. Vicky, Saase und auch einiges, Bramfeld, einige Oberligisten, viele Landesligisten. Und auch natürlich das ein oder andere Spiel, was man gespielt hat. Ich denke da auch in der Bezirksliga an Duelle mit Oststeinbeck, mit Düneberg. Letztes Jahr haben wir ein phänomenales Spiel gehabt bei Alten Gamme, eine sehr sympathische Truppe, was 4-4 ausgegangen ist. Leider wurde ja die Saison nach den vier Spieltagen abgebrochen, was sehr schade war. Aber das sind sicherlich so Highlights. Genau, apropos Abbruch. Da gab es ja durchaus ein bisschen Rumorerei in dem vergangenen Jahr im Hamburger Fußball. Aufgrund von Corona, Entscheidung des Hamburger Fußballverbandes. Da waren viele Vereine nicht mit einverstanden etc. Und dann hast du unter anderem noch mit einigen anderen Vereinen die Initiative Praxis Fußball gegründet. Und im Zuge dessen kam es auch dazu, dass Frank Flator, der ja auch zu eurer Riege, zur Initiative gehört hat, dann ja auch Spielausschussvorsitzender geworden ist. Und magst du vielleicht mal so ein kleines Fazit ziehen? Denn so nach etwas mehr als einem Jahr, ist das so erfolgreich gewesen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Also auf jeden Fall. Es war damals eine sehr, will ich mal sagen, eingeschränkte Kommunikation zwischen den Vereinen und dem Verband, die jetzt deutlich anders geworden ist. Klar gibt es immer noch Punkte, die man immer noch verbessern kann. Aber ich glaube, die handelnden Personen arbeiten daran, dass die Vereine immer mit ins Boot genommen werden, was gewisse Entscheidungen angeht. Es war damals halt so, dass Frank Flator, er jetzt Spielausschussvorsitzender ist, Carsten Gerday von Paloma und Sören Deutsch von Glinde, dass wir vier zum Spielausschuss gefahren sind, waren da vorstellig geworden und haben ein Stück weit Vorschläge gemacht, wie man den Spielmodus optimieren kann. Diese Vorschläge wurden aber in keinster Weise angenommen bzw. umgesetzt. Und daraus hat sich dann auch ein Stück weit diese Initiative gebildet, um einfach die Vereine auch mehr in diese Fragen mit einzubeziehen, was Spielmodus und was auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit vielleicht Staffeleinteilung, wie macht man das? Und ich glaube, dass man jetzt eine Lösung gefunden hat, mit der vielleicht auch nicht jeder zufrieden ist, diese kleinen Staffeln. Aber aufgrund der ganzen Corona-Ausfallzeiten, die man jetzt hier auch hat, oder Ausfallspiele, die man jetzt hat in der Oberliga, dass man jetzt doch ein bisschen mehr Luft auch nach hinten hat. Ich glaube, das ist sinnvoll gewesen. Wir hoffen ja alle, dass dann im nächsten Jahr wieder eine normale Liga dann erfolgt. Da kann ich ja dann als Zuschauer auch ein bisschen dabei sein und nicht mehr als Trainer. Und dann glaube ich, dass man dann auch wieder in Anführungsstrichen die normalen Staffeln sehen wird. Corona ist natürlich trotzdem weiterhin ein Thema und nun bist du ja auch durch die Initiative da so ein bisschen mit drin. Es gab jetzt in den letzten Wochen mit der Omikron-Welle natürlich, auch der Fußball bleibt davon nicht verschont, immer mehr und mehr Spielabsagen aufgrund von Spielern, die sich mit Corona infiziert haben. Und dann gibt es ja gerade jetzt ganz frisch die Diskussion, ab wann kann man denn eigentlich ein Spiel absagen? Kann ich ein Spiel absagen, weil ein Spieler positiv ist oder zwei und brauche ich einen Schnelltest oder einen PCR-Test etc.? Und es sind ja auch tatsächlich schon Spiele abgesagt worden, wo Spieler wohl gar nicht da waren beim Training und dann aber woanders positiv waren. Muss da aus deiner Sicht jetzt eine klarere Linie gezogen werden, dass man sagt, diese Regularien, wann kann ich was absetzen, auch damit man eine Saison zu Ende spielen kann am Ende des Tages. Müssen jetzt mal ein paar Stufen nach oben? Ja, erstmal muss ich da ansetzen, dass auch aufgrund unserer Initiative jetzt mittlerweile auch so eine, wie wir noch sagen, so eine Schiedsrichterstelle geschaffen wurde. Es gibt einen Corona-Beauftragten, der auch am Wochenende erreichbar ist, den man dann auch informieren kann. Das war zu Anfang ja nicht der Fall. Ich denke, dass es in der Anfangsphase schon sinnvoll auch war, Spiele dann auch abzubrechen, weil man vielleicht auch weniger Erkenntnisse hatte. Ich denke, dass man jetzt, und das sieht man ja auch in anderen Ländern, auch Corona anders wahrnimmt. Ich meine, wir haben in Dänemark, glaube ich, eine Inzidenz, wenn ich da richtig informiert bin, die deutlich über unsere ist. Und trotzdem gehen jetzt, glaube ich, ab Dienstag die Schranken, also ab morgen die Schranken dort auf. Ich denke auch, dass man nicht unbedingt bei jedem einzelnen Spieler, der denn Corona hat, absagen sollte. Gerade wenn er vielleicht auch gar nicht beim Training war, dann erübrigt sich das. Aber man muss natürlich immer noch vorsichtig damit umgehen. Ich glaube, das ist ein sehr schwieriger Grad oder das ist, wie man da die Entscheidung treffen wird. Jetzt nochmal zu dir persönlich. Wie sieht dann deine Zukunft aus? Ein bisschen relaxen. Erzähl mal ganz kurz. Ja, auf jeden Fall relaxen. Ein bisschen mehr bei meiner jüngsten Tochter dabei sein. Beim Handball, die spielt Handball sehr erfolgreich in Arnsburg. Wie alt ist sie? Die ist 13 und spielt auch oder trainiert auch in der Auswahl. Also es war eine Rolle, voll durchziehen. Ja, genau. Aber die Chance, hast du vorhin ja schon angedeutet, besteht, dass du demnächst wieder auf der Matte bist als Trainer. Vielleicht sogar wieder wahl. Ja, als Trainer weiß ich nicht. Ich glaube, dass Arnsburg da eine gute Entscheidung getroffen hat mit dem neuen Trainer. Aber in anderer Funktion vielleicht. Aber was müsste ein Verein haben, wenn du als Trainer bei ihm anfangen würdest? Ich glaube, mir muss die Sache halt Spaß machen. Und der Verein, der muss mich packen. Und das war in Arnsburg so. Das war auch in Rahlstedt so beispielsweise. Aber Arnsburg ist eine besondere Beziehung einfach. Okay. Gut, nun kommen wir zum Schluss und haben hier natürlich zwei verschiedene Kaffeesorten. Ich Dummerchen. Einmal Domino Espresso, der Club sagt es ja. Und zum anderen Derbysieger, HSV San Pauli. Welchen möchtest du mitnehmen? Ja, auf jeden Fall den Derbysieger, da ich nun HSV-er bin. Na, siehst du. Und nach vielen Spielen des Leidens hat es mal wieder geschafft. Und der ist auch für meine Tochter, die ist nämlich auch glühender HSV-Fan. Insofern, die ist auch hier nicht. Freut uns. Insofern nehme ich den Derbysieger. Dann recht herzlichen Dank. Und wir sehen uns dann vielleicht beim Comeback wieder mit neuen Funktionen. Gerne. Und wir haben uns recht herzlich gefreut, dass du bei uns zu Gast warst und uns einen Einblick gewährt hast. Und dass wir uns jetzt auch wissen, dass diese Entscheidung einvernehmlich gefallen ist, dass du da gehst. So, und jetzt machen wir eine kurze Werbepause, aber danach geht es natürlich nicht minder spannend weiter. Genau, und zwar mit unserem Ex-HSV-Profi Sascha Kirstein. Also, dranbleiben. So, ich freue mich hier, Sascha Kirstein begrüßen zu dürfen, Ex-HSV-Torwart. Freut mich, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Du hast vor 14 Jahren beim HSV gespielt. Ja. Drei Jahre lang. Korrekt. Und zu dem Zeitpunkt war der HSV ja wirklich noch vorne. Du hast ja auch in der Champions League mit ihm gespielt. Ja, das stimmt. Erzähl mal ein bisschen, welche Erinnerungen hat man so noch daran? Ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen. Wir sind neugierig. Ja, dass wir erstmal die Qualifikation geschafft haben in Ossasuna mit dem 1-1, dann die geschafft haben, in die Champions League reinzukommen und natürlich für mich war das legendär. Das erste Spiel natürlich gegen Arsenal London, wo noch Jens Lehmann im Tor war und nach zwölf Minuten hatte ich Van Persie in der Schwalbe gemacht bei mir und ich habe gleich eine rote Karte bekommen. Kurzer Auftritt. Kurzer Auftritt, ja, aber das war mein erstes Spiel von drei halt. Da gab es noch keinen Videobeweis, sonst hätte es jetzt funktioniert, dass ich nach Frage gesprochen werde. Wie blickst du denn heute auf die Zeit in Hamburg zurück? Du hast ja sehr viel gespielt, du hast ja, glaube ich, 23 Spiele für den HSV gemacht in der Bundesliga und auch 137 in der zweiten Liga. Wie blickst du denn so auf deine HSV-Zeit zurück? Ja, ich glaube, die drei Jahre oder auch allgemein meine 19 Jahre Profi waren sehr, sehr interessant. HSV war natürlich legendär, dass ich jetzt mal hingekommen bin von Rot-Weiß Essen aufstieg in die zweite Liga, aber dann wollte mich Hamburg unbedingt haben. War super mit Piekenhagen, der noch da war, der dann weggegangen ist, mit Stefan Wächter. Auch die Zeit, also wer alles da war, ob Benni Laut, Raphael van der Vaart, Nigel Jong, also sind Leute da, die kennt man jetzt noch vom Namen her. Ja, ja. Wie gesagt, HSV war damals ein großer Verein in Hamburg, in Deutschland. Ja, war sehr, sehr interessant, klar, aber die kommen auch mal wieder dahin und erst mal in die erste Liga. War sehr, sehr interessant für mich, richtig geile Zeit, viel erlebt, ob positiv oder negativ, aber es gehört da als Fußballer auch mal dazu. Hatte man zu dem Zeitpunkt schon oder du diesen Eindruck, dass es mit dem HSV, der ja nun der Dino war, der Jahrzehnte in der ersten Liga spielte und teilweise auch dominierte? Und hatte man damals schon den Eindruck, dass es vielleicht mit dem HSV ein bisschen bergab gehen könnte? Nee, gar nicht mal. Also, wo wir auch erste Liga waren, waren wir ja auch mal 18 da halt und wir sind da trotzdem immer rausgekommen. Das hätte nie einer gedacht, dass sie auch da diese vier Jahre dann hintereinander die Relegation machen und haben es geschafft. Leider hat es dann halt nicht geschafft. Ist halt so im Fußball, aber jeder, wenn man daran glaubt… Jetzt sind sie schon vier Jahre lang schwer, ne? Ja, wenn man daran glaubt, kommt man auch wieder hoch, man muss nur kämpfen. Das ist richtig. Wie gesagt, du hast 23 Spiele gemacht mit der HSV, 137 in der zweiten Liga. Was sind so deine, sagen wir mal, die schönsten Erinnerungen, die du daran hast, egal ob nun beim HSV oder bei einem anderen Verein? Welche Vereine waren das? Ja, ich habe bei Rot-Weiß-Essen angefangen, dann HSV, Kreuterfürth, Inghorstadt, Erzgebirge Aue, Rot-Weiß-Aalen in Rumänien. Du warst der erste deutsche Torwart, der in Rumänien in der ersten Liga spielte? Genau, das habe ich auch gemacht. Genau, das habe ich auch erlebt und war sehr, sehr interessant, auch allgemein die 19 Jahre, die ich erlebt habe. Wie kam der Kontakt zustande nach Rumänien? Durch Charles Taki, der auch früher bei St. Pauli und HSV gemacht hat. Der hat halt einen Manager gehabt und hat gesagt, wir brauchen unbedingt mal in Timeshora in Rumänien, zweitgrößte Stadt, einen Torwart in der ersten Liga. Und bin nach Slowenien hingeflogen, um da Probeträgen mitzumachen. Und beim ersten Tag hat es dann gleich funktioniert. Wie lange hast du da gespielt? Elf Monate. Elf Monate. Und welcher Punkte stand? Wo stand die Mannschaft? Ja, wir hatten dann zum Schluss noch ein bisschen Stress gehabt, weil die sagen, die unterschreiben was. Also man unterschreibt zwei Wochen später, sagen die, finanziell ist doch nicht so toll. Es wird dann ein bisschen hin und her diskutiert, verklagt und dann durfte ich auch zum Schluss nicht mehr spielen, weil die wollten ja unbedingt, dass ich Gehaltkürzungen mache. Habe ich aber dann nicht gemacht mit Straftraining. Ich habe immer alles durchgezogen, ist egal bei welchem Verein ich war. Ob auch im Erzgebirge auch war, war ich auch mal zweiter Torwart, weil Falco Götz da Trainer war und das Publikum halt einen anderen Torwart im Tor haben wollten. Und ja, ich mich da trotzdem durchgequält habe. Und in Rumänien war es dann so, dann sind sie abgestiegen. Ich war ja nicht mehr im Tor und dadurch, dass ich die halt so ein bisschen verklagt habe, durften die trotzdem in der ersten Liga bleiben, aber mit minus 16 Punkten gleich gestartet. Oh, das ist eine Strafe, mein Lieber, Entschuldigung. Die kannst du ja nicht mehr einholen. Das geht ja nicht mehr. Du hast im Liga-Werk, was waren denn nun so in Deutschland so deine Highlights hier in der zweiten oder ersten Liga? Was waren da so deine Highlights, wo du sagst, Mensch, das war damals klasse gewesen? Ja, alles allgemein. Also die ganzen 19 Jahre fand ich Highlights. Ob erste Liga, zweite Liga… Ein, zwei Punkte, wo man sagt, Mann, da war was. Wie du sagtest zum Beispiel hier bei den Champions League der Riga, fliegst gleich der Riga nach ein paar Minuten raus vom Platz. Und so kannst du ja auch mal was Positives geben. Ja, auch die Mitspieler halt. Es ist ja nie irgendwie mal rausgekommen, dass die ja in der Kabine da rumgefeiert haben oder in Ostasuna, wo wir die Champions League lang so geschafft haben, dass wir einen Klub übernommen haben, dass da Spieler mit Jackys Flaschen rumgelaufen sind. Das kam ja nie nach außen. Das ist ja auch gut so, dafür sind wir eine Mannschaft. Ja, dass wir so ein ganz langer Gang waren im Stadion in Ostasuna, dass da so eine Smirnoff-Palette war und wir haben da immer die Getränke mitgenommen und am nächsten Tag kam der Teammanager und hat gesagt, wir haben eine CD aus Ostasuna bekommen. Ja, guck mal. Und wir so, oh, super, das Spiel oder was? Nee, haben wir uns gefilmt, wie wir die Flaschen da weggenommen haben. Aber das sind so Sachen, die kann man jetzt mal erzählen, die sind lustig. Das gehört dazu, in allen Phasen. Und das ist so schön, wenn man solche Erinnerungen hat. Das ist doch prima. Ja, auch in Ingolstadt, dass Audi da viel reingebuttert hat, dass man da viel machen konnte halt. In Ingolstadt wurde viel gepusht von Audi, ne? Genau, wurde viel gepusht. Wenn du deine Schuhe dreckig hattest, hast du gleich ein paar Schuhe bekommen. Das sind so Storys. Die kann man ohne Ende bezahlen, dass die Zeit sich einfach änderte zum Moment. Die Jugendspieler viel fördern, wo die noch nicht viel geleistet haben. Das sind ja Generationen, die früher musste ich Kisten schleppen, jetzt gibt es ein Zeugwart. Die Zeiten ändern sich. Das ist ja auch beim Konto sieht man das ja auch drin, wie sich das änderte, die ganze Geschichte. Ja. Und 2017 hast du deine Profi-Laufbahn beendet. Genau. Was hast du dann gemacht, wenn ich fragen darf? Ich hatte meinen eigenen Getränkemarktladen in Bergkamen, habe da vier Jahre gearbeitet. Unternehmen von Rewe halt. Und jetzt bin ich seit vier Monaten in Seevertal, arbeite da bei Lidl. Verfolgst du so noch ein bisschen die HSV-Spiele, wie das so ist? Oder ist das Ferner lief? Weil du bist ja da schon 17 Jahre weg und hast in anderen Vereinen gespielt. Na, ich guck das schon. Ich spiele auf das letzte Pokalspiel. Emotionslos. Na, also ich hoffe ja schon, dass sie gewinnen. So wie das Pokalspiel, was sehr, sehr spannend war gegen den 1. FC Köln, was entscheidend war. Also da habe ich auch eines der Spannendsten gesehen. Und ich wusste, kannte zwar die Regeln, aber ich habe sie noch nie gesehen. Mit zweimal berühren, den Ball. Und die HSV-Spiele, die wussten das sofort. Die sind gleich dann hier losgerannt und haben gejubelt, während die anderen auch ein bisschen verblüfft waren. Ja, aber das passiert alle. Das ist eine Regel, ja. Aber ist es dir schon mal passiert so was beim Elfmeter? Nein. Ne? Also ich meine, du bist nur ein Torwart. Also wenn jemand damit konfrontiert wird, dann der Torwart. Aber wie gesagt, ich habe es auch noch nie gesehen. Ne. So eine Geschichte. Das ist mir auch noch nie... Und dann beim letzten Elfmeter, also das war schon sehr, sehr packend gewesen. Auf der anderen Seite St. Pauli haben ja auch eine Meisterleistung abgeliefert gegen Dortmund. Ja. Also das war schon aller Bonheur. Das muss man sagen. Alle beiden Teams, ob St. Pauli oder Hamburg SV, haben in den Spielen den DFB-Pokal super Leistung gemacht. Ja. Dann gab es gleich hinterher das Derby. Direkt. Genau. Als Antwort, was der HSV glücklich gewonnen hat. Ja gut, sie haben es gewonnen. Das war also ein korrektes Spiel gewesen. 2 zu 1 ist ja nicht so eine Klatsche. Und was glaubst du denn, wer dieses Jahr das Rennen macht von unseren beiden Hamburger Lieblingsvereinen? Ja, ich denke mal beide. Sie sollten eigentlich beide aufsteigen. Aber die Saison ist ja noch so lang, kann man nur sagen. Ja. Wenn sie die Taktik oder was sie jetzt im Pokal gemacht haben oder in den Spielen so weiter umsetzen, ihre Chancen umsetzen, dann denke ich mal schon, dass sie sehr viele gute Chancen haben da oben. Man muss aber jede Woche immer dran glauben, hart arbeiten. Und am letzten Tag, wenn die Meisterschaft wird, dann kann man das ausnutzen. Das ist ja das Problem immer, dass, wie gesagt, immer der HSV die letzten Spiele abgekackt hat. Muss man einfach brutal sagen. Ja, die letzten Jahre, das stimmt, dass sie vielleicht noch einen Sieg holen mussten und das dann nicht geschafft haben, ob es in Braunschweig war oder was für Geier. Die einfach noch einen Sieg brauchten und haben es dann einfach nicht geschafft. Also ich hatte, als der St. Pauli gewonnen hat, habe ich einem Freund eine SMS geschickt, ich sage, wir sehen uns beim Pokalfinale HSV gegen St. Pauli, nachdem beide aufgestiegen sind. Das wäre der Traum. Ja, Träume kann man immer viel glauben, aber man kann auch die Hoffnung. Was meinst du, ich komme ja nun überall rum, was meinst du, was ich zu leiden hatte die letzten Jahre in München und sonst wo, wenn ich irgendwo kam, Mensch, was macht der HSV dann und so. Damit muss man leben, weil ich bekenne mich ja zu Hamburg und bekenne mich auch zu beiden Vereinen. Aber es wäre ja schön, wenn man jetzt sagen könnte, hier, wir sind wieder endlich mal eine Großstadt mit zwei Vereinen. Berlin ist ja lächerlich, verstehst du? Die sogenannte Hauptstadt. Wir sind die Fußballstadt als solche. Ja, das stimmt. Das hoffe ich auch, dass es bei den Mannschaften auch wieder so ein richtig geiles Derby gibt. Mit natürlich Zuschauern, wenn es mal wieder einsehen soll. Das ist natürlich als Fußballer, denkst du, das ist wie ein Trainingsspiel mit Zuschauern, mit den Emotionen, mit den Gebrülle, dass du als Torwart, das kenne ich ja ohne Ende, dass ich da beleidigt worden bin, aber das baut ja noch einen auf. Oh, das gehört dazu. Das werden wir ohne Fans und die Fans, die die Leute pushen, die dissen den Gegnerverein. Das gehört dazu, damit muss man leben. Solange es dann hier nicht zu sehr, ein bisschen kann es ja unter die Gürtellinie gehen, aber solange es nicht zu sehr unter die Gürtellinie geht und solange es nicht dann hier handgreiflich wird, dann ist das alles legitim. Sonst gibt es ja keine Emotionen. Das stimmt. Und auf der anderen Seite werdet ihr auch gefeiert wie die Könige, wenn ihr ein tolles Spiel abliefert und so. Das ist ja auch ein geiler Kick. Ja, gerade als Torwart. 50.000 Leute Jubiläum zu, hallo. Ja, als Torwart kannst du acht geile Bälle gehalten haben und im letzten Haus kriegst du noch einen rein und bist dann wieder der Buhmann. Aber so ist das Fußball. Ja, aber auf der anderen Seite, die sind da schon ganz cool drauf und so. Ja, macht da Spaß gemacht, ja. Und im Amateurbereich so, im Amateurfußball da etwas zu machen? Also jetzt als aktiver Spieler? Nee, nee, als aktiver Spieler nicht mehr. Aber so eben auch Torwart drehen oder so. Ja, das kann ich mir schon. Jemand wie du, der so viele Ligaspiele hat, der im Ausland auch gespielt hat, in Rumänien, Champions League, der hat natürlich eine Erfahrung. Und wo ich mir vorstellen könnte, dass dann so jungen Torwartspieler bei Vereinen, dass sie da schon aufschauen, was der zu sagen hat und zu zeigen hat. Ich habe ja in den letzten Jahren drei Torhüter gehabt, zehn Jahre, 16 Jahre und 18 Jahre. Die habe ich in die Oberliga geschafft. Dann eins zum VfL Bochum ins Internat habe ich privat dann trainiert. Oder bei Rot-Weiß-Aalen in der Jugend, die auch schon in der Bundesliga da spielen. Also das habe ich schon geschafft, privat zu trainieren. Gerade der Amateurfußball, der lebt ja von Menschen wie dir, die Erfahrungen weitergeben können. Wo die Spieler auch hochgucken können und sagen, Mensch, das ist ein toller Profi gewesen, der hat beim HSV gespielt, der hat in der zweiten Liga über 130 Spiele absolviert. Und so, das ist natürlich was anderes, als wenn da jetzt ein reiner Amateurdehner sagt, so und so musst du das machen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass die jungen Leute begeistert werden. Na klar. Überlege es dir. Wir würden uns freuen, dich in einer Funktion wiederzusehen, auch hier in Hamburg. Vielleicht irgendwann mal sogar beim HSV in irgendeiner Form, wer weiß es. So, wir haben ja gesagt, du trinkst gerne Kaffee. Das haben wir natürlich für dich jetzt hier. Und da fragen wir gar nichts drum herum. Wir haben einmal hier den Domina Espresso, angelehnt an das Verlies. Und hier den Derbysieger, der diesmal natürlich auf HSV abzieht. Das ist von St. Pauli Coffee. Wir machen auch eine ganze Menge mehr Kaffees. Auch Gloschar für hilfsbedürftige Leute, wo eine Menge Spenden dann dorthin gehen alles. Und es gibt sogar einen David Wache Kaffee. Also die David Wache, die kauft den immer zentnerweise ein und verköstigt sich damit. Und hiermit überreiche dir und danke dir ganz herzlich, dass du heute da gewesen bist. Vielen, vielen Dank. Und natürlich darf auch im neuen Jahr unsere Rubrik Kalles stille Helden in dieser Sendung nicht fehlen. Und diesmal haben wir wenig überraschend, weil wir ihn auch in der Sendung zu Gast haben, jemanden da, der ein bisschen was über den Hamburger Berg erzählt. Bitteschön. Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken, einmal für die Einladung hier bei Kalle. Und des Weiteren bei meiner Mannschaft, dem FC Hamburger Berg, die mir die Chance gegeben hat, mit so vielen Personen, sag ich mal, Training zu gestalten, Siege heimzufahren und so weiter und so fort. Aber was sportlich betrifft, ganz zum Schluss, denke ich mal, hat der Ralf Hoffmann einen großen Anteil dazu beigetragen, dass das überhaupt alles so geklappt hat mit uns. Zum Schluss möchte ich recht herzlich bei meiner Familie Dankeschön zu sagen an meine beiden Töchter Nadine und Nathalie, die immer zum Vater, zum Papa gestanden haben und meine Lebensgefährtin, die immer da war und alles mitgemacht hat. Und sonst hätte ich das auch nicht erreicht, auch sportlich und anders mein Leben gestalten können. Danke, Helga. Das war unsere Februar-Sendung Kalles Halbzeit im Verlies. Wir hoffen natürlich, dass ihr Spaß beim Zusehen gehabt habt und auch Neues und Interessantes erfahren habt. Genau, wir sehen uns wieder am Montag. Hier fliegen schon die Karten. Wir sehen uns wieder am Montag, 7. März, um 20.15 Uhr hier bei Hamburg 1. Bye-bye. Kalles Halbzeit im Verlies wird Ihnen präsentiert von Laute und Muxfeld. Ihr Spezialist für Werkzeuge und Arbeitsschutz in Hamburg. is burnt with in Or so declassetiert vonис an E200 A4 5com Auslandsуем!" oxen.